Wie funktioniert das Vier-Ohren-Modell nach Schulz von Thun? Was hat es mit den vier Ebenen auf sich und wie kann dir das Wissen im Alltag helfen? Dies und vieles mehr erfährst du in diesem Video. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun. Du erfährst die Inhalte des Modells und am Ende des Videos wird eine angespannte Gesprächssituation aus dem Kita-Alltag anhand des Modells analysiert. Auf diesem Kanal erscheint jede Woche mindestens ein Video rund um die Thematik des Erzieherberufs. Wenn du keine Videos verpassen möchtest, dann lasse doch ein kostenloses Abo da und unterstütze so den Erzieherkanal. Und jetzt Film ab und viel Spaß beim Video. Du kennst das Vier-Ohren-Modell vielleicht auch unter dem Begriff des Kommunikationsquadrant oder Nachrichtenquadrant. Das Vier-Ohren-Modell wurde von Friedemann Schulz von Thun entwickelt und stellt ein Sprachmodell aus der Kommunikationspsychologie dar. Dieses Sprachmodell eignet sich dazu, Kommunikationsprozesse wie zum Beispiel Gespräche oder Aussagen darzustellen und zu analysieren. Jede Äußerung, die du tätigst, enthält vier Botschaften. Man sagt auch, dass eine Äußerung vier Seiden oder vier Ebenen hat. Mit diesen Begriffen ist immer das Gleiche gemeint. Die Vier-Ebenen Ebene 1, die Sachebene Ebene 2, die Selbstkundgabe Ebene 3, die Beziehungsebene und Ebene 4, die Appellebene Schulz von Thun beschreibt dabei, dass der Sprecher, auch Sender genannt, auf den vier Ebenen spricht und der Zuhörer, auch Empfänger genannt, auf den vier Ebenen zuhört. Sowohl Sprecher als auch Zuhörer sind für die Qualität der Kommunikation verantwortlich. Im Idealfall findet eine unmissverständliche Kommunikation statt. Also der Zuhörer versteht das vom Gesprecher Gesagte auf allen Ebenen genauso, wie er es gemeint hat. Es kommt zu keinen Missverständnissen. Es wurde klar kommuniziert. Die unmissverständliche Kommunikation ist aber keinesfalls die Regel. Der gesamte Alltag besteht aus Kommunikation. Es wird fast dauerhaft kommuniziert und es ist gar nicht möglich, jedes Gespräch auf allen Ebenen zu analysieren und bei Irritation Rückfragen zu stellen. Es kommt zu Missverständnissen, wenn Sprecher und Zuhörer die Ebenen unterschiedlich gewichten oder deuten. Schauen wir uns jetzt aber mal die vier Ebenen genauer an. Die erste Ebene ist die Ebene der Sachinformation. Auf dieser Ebene steht die Sachinformation als solches im Vordergrund. Ohne Interpretation also genau das, was wortwörtlich gesagt wurde. Der Sprecher vermittelt Daten, Fakten, Informationen und so weiter. Seine Aufgabe ist es, dies mit Klarheit und Verständlichkeit zu tun. Der Zuhörer prüft auf dieser Ebene mit seinem Sachohr die Daten, Fakten und Informationen. Er prüft sie auf diese drei Kriterien. Erstens auf die Wahrheit, also ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Zweitens auf die Relevanz, also ob sie wichtig oder unwichtig sind. Und drittens auf die Hinlänglichkeit, also ob sie ausreichend sind oder etwas hinzugefügt werden muss. Die Ebene der Selbstkundgabe beschreibt, dass jede Aussage eine Selbstentfüllung des Sprechers mit sich trägt. Es kann bewusst oder unbewusst geschehen. Es ist eine Deutung der Persönlichkeit des Sprechers möglich. Die Selbstkundgabe bezeichnet die verbale Kommunikation von persönlichen und vertraulichen Gedanken, Gefühlen oder Informationen. Der Sprecher kann Informationen über seine Persönlichkeit implizit oder explizit, bewusst oder unbewusst, freiwillig oder unfreiwillig tätigen. Der Zuhörer hört zu und versucht die Aussagen auf dem Ohr der Selbstkundgabe zuzuordnen. Unbewusst stellt sich der Zuhörer Fragen wie Was ist der Sprecher für ein Mensch? Wie ist er drauf? Was ist mit ihm los? Die dritte Ebene ist die Beziehungsebene. Auf der Beziehungsebene kommt zum Ausdruck, wie der Sprecher und der Hörer sich zueinander verhalten und wie sie sich einschätzen. Der Sprecher kann durch die Art der Formulierung, seine Körpersprache, den Todfall und anderes Wertschätzung, Respekt, Wohlwollen, Gleichgültigkeit, Verachtung in Bezug auf den anderen zeigen. Abhängig davon, was der Hörer im Beziehungsohr wahrnimmt, fühlt er sich entweder akzeptiert oder herabgesetzt, respektiert oder bevormundet. Wenn es auf dieser Ebene zu einer unmissverständlichen Aussage oder falschen Gewichtung kommt, hat dieses starkes Konflikt- und Eskalationspotenzial. Die vierte Ebene ist die Appellebene. Auf der Appellebene werden Wünsche, Appelle, Anregungen, Ratschläge, Bitten und so weiter transportiert. Der Sprecher möchte in aller Regel etwas erreichen und Einfluss nehmen. Er möchte beispielsweise, dass der Zuhörer etwas tut oder etwas unterlässt. Das lässt sich auf der Appellebene erkennen. Der Versuch, Einfluss zu nehmen, kann offen oder verdeckt sein. Offen sind dabei beispielsweise Bitten oder Aufforderungen. Verdeckte Veranlassungen sind nicht direkt benannt und geäußert und werden auch als Manipulation bezeichnet. Das Appellohr des Zuhörers kennt sozusagen die Aussagen des Sprechers mit der Frage, was bringt mir diese Aussage, was soll ich denken, was soll ich machen oder fühlen. Ein Beispiel aus dem Kindergarten. Es steht ein Entwicklungsgespräch an. Du hast die Aufgabe, einen Termin mit der Mutter eines Kindes zu vereinbaren. Da es Vormittag in der Bringsituation sehr chaotisch abläuft, möchtest du für nachmittags einen Termin zur Terminfindung vereinbaren. Dazu sprichst du sie am Vormittag an und sagst, Frau Müller, ich möchte heute Nachmittag kurz etwas mit Ihnen besprechen. Können Sie gegen 16 Uhr, wenn Sie Ihren Sohn abholen, zu mir kommen? Die Mutter antwortet sehr aufgebracht, ich komme nicht zu Ihnen und ich finde es eine Unverschämtheit, dass Sie mich vor allen anderen Eltern so bloßstellen. Du bist über diese Reaktion wirklich verwundert und weißt gar nicht, was los ist. Analysieren wir die Kommunikation auf den vier Ebenen. Du meintest mit deiner Aussage auf den Ebenen folgendes. Auf der Sachebene Gesprächstermin um 16 Uhr. Auf der Selbstoffenbarungsebene Mir ist es wichtig, dass Sie über den Entwicklungsstand des Kindes informiert sind. Auf der Beziehungsebene Sie als gute Mutter wollen informiert sein. Auf der Appellebene Lassen Sie uns einen Termin für ein Entwicklungsgespräch finden. Die Mutter versteht aus deiner Aussage auf folgenden Ebenen Auf der Sachebene Gesprächstermin um 16 Uhr Auf der Selbstoffenbarungsebene Die Erzieherin ist sauer, weil mein Kind Ärger gemacht hat. Auf der Beziehungsebene Du bist eine schlechte Mutter. Auf der Appellebene Kümmere dich besser um dein Kind. Die Analyse der Kommunikation zeigt, dass es ein Missverständnis gab, weil die Ebenen unterschiedlich gewichtet und interpretiert wurden. Die Mutter hatte gar nicht die Idee, dass es sich vielleicht um ein Entwicklungsgespräch handelte, sondern dass ihr Sohn Ärger gemacht hat. Die Aussage des Sprechers hätte genauer sein können, beispielsweise mit der Sachinformation, dass es sich um ein Gespräch zur Terminfindung eines Entwicklungsgesprächs handelt. Ebenso hätte die Mutter als Zuhörerin sich weitere Infos durch Rückfragen einholen können. Ein allgemeiner Zusatz zum Vierohrenmodell von Schulz von Thun Die Ebenen sind bei jeder Kommunikation unterschiedlich stark ausgeprägt und gewichtet. Schulz von Thun beschreibt, dass Kommunikation explizit und implizit ablaufen kann. Explizit bedeutet, dass sie ausgesprochen werden. Das Kind im Kindergarten beispielsweise sagt zu dir, ich mag dich. Implizit wäre die Kommunikation, dass dir das Kind ein Bild malt und es dir schenkt. Zudem beschreibt Schulz von Thun, dass Kommunikation konkurrent und inkonkurrent sein kann. Konkurrent bedeutet, dass die Signale der Kommunikation auf allen Vier Ebenen stimmig und kompatibel sind und es zu keinen Missverständnissen kommt. Inkonkurrent wäre es, wenn das Kind aus dem ersten Beispiel, welches dich definitiv mag, immer Ärger macht und nicht auf deine Aussagen hört. Ich hoffe, die Aussagen des Videos waren konkurrent und du hast alles verstanden. Falls nicht, frag gerne in den Kommentaren nach. Auf der Appellebene ist bei dir mit Sicherheit angekommen, dass du einen Daumen nach oben dalassen darfst und ein kostenloses Abo. Wenn du dich dafür interessierst, wie die motorische Entwicklung bei Kindern abläuft, dann klicke hier. Für das aktuellste Video auf dem Erzieherkanal, klicke hier. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.